Damals waren die noch kranker, die haben erst mal ihre Kinder geopfert. Dann haben wir gesagt, okay, wir gehen schon mal einen Schritt besser, wir opfern nur die Tiere. Und heute wissen wir, wir opfern die Pflanzen und essen sie und opfern sie auf dem inneren Altar. Also wir sehen die Juden ganz klar gegen das Tierhütten von Tieren und für frische Rohkost. Buddha sagt ganz klar, wer Fleisch isst, kann niemals so Erleuchtung erlangen. In den Bhagavad Gita und den Upanishaden gibt es noch ganz andere Stellen, wo gesagt wird, der der Rohkost isst, ist der, der Gewandtheit, Kraft, Lust und langes Leben erleben wird. Wer gekochte Darung ist, der wird Melancholie, der wird Krankheit und der wird Leid erleben. Und wer vom Leib erschlagener Tiere isst, der kooperiert mit direkt mit der Dunkelheit. So wird es da beschrieben. Leute, willkommen zum Talmud. Willkommen zu der jüdischen Weisheitslehre. Und zwar der Talmud ist eine Belehrung für mehrere Lebensbereiche. Und gilt als eine der bedeutendsten Schriften im Judentum. Besteht aus zwei Teilen. Und in diesen Schriften sind ganz klare, einskalte Gebote dargestellt, die ich einfach mal jetzt vorlesen werde. Ich fühle mich sehr zum Judentum verbunden. Ich bin unter Juden groß geworden. Mein Name ist David, ist auch ein jüdischer Name. Und ich wurde als Junge immer von meinen Freunden Juv genannt, weil ich sehr viele jüdische Eigenschaften habe. Und ich bin ein großer Fan von Juden. Das heißt, ich bin eigentlich ein Fan von allen Menschen. Ich sehe bei jeder Bevölkerungsgruppe, dass sie spezielle Fähigkeiten haben, die andere übertreffen. Und die haben auch die Juden, die haben auch die Muslime, die haben auch die Christen. Die haben alle ihre speziellen Dinge. Und wer ist der Schlauste, der sich die ganzen Sachen von diesen ganzen Sachen nimmt? Der ist nämlich ein universeller Schöpfergeist. Und das kann ich euch nur anraten. Also, die Tora und der Talmud. Gebot und Lehre des Judentum. Tierquälereit ist tabu. Zitat. Verbot, einem Lebewesen Schmerz zuzufügen. Tiere sollen vom Menschen gefüttert werden, bevor er selbst isst. Steht euch das mal vor. Bevor er isst, soll er erstmal die Tiere füttert und dann isst er selber sein Essen. So sei freundlich und barmherzig zu allen Geschöpfen des Höchsten, der in dieser Welt geschaffen hat. Schlage niemals ein Tier oder sei die Ursache für ein Schmerzen für jegliches Tier. Wirf nicht mit Steinen auf Hunde, Katzen, noch solltest du Fliegen oder Wespen töten. Aha. Aha. Ja. Also, wer hätte das von den Juden gedacht, dass sie doch so liebevoll und friedfertig sind? Ihr seht, in den Medien werden oftmals Sachen dargestellt, die einfach gelogen sind. Und Fleisch ist niemals koscher. Es gibt kein koscheres Fleisch. Dazu sagen die Juden selbst. Im Laufe der Zeit entwickelt sich dann aus den jüdischen Ernährungsgesetzen Kaschrut, die vorwegnehmen, dass fleischliche Nahrung lediglich ein Kompromiss ist und nur Früchte, Gemüse und verarbeitetes Getreide ohne Vorbehalt koscher sind. Fleisch dagegen ist von Natur aus zwar nicht koscher. Und im ursprünglichen Gesetz, du sollst nichts essen, was Blut hat, zu entgehen, erfanden und erklärten die fleischsüchtigen Religionsführer teilweise sehr komplizierte Kaschrut- und Schichtaggesetze, wie man es koscher reinmachen kann, da Fleisch praktisch nicht gänzlich vom Blutfreisein bekommen ist, hat man dabei großzügige Restblut übersehen. Da sind wir wieder bei den Verfälschungen und da haben die Muslime recht. Diese Schriften, diese Judentum und Christentum sind massiv verfälscht aus machtpolitischen Interessen. Weil wenn man den Leuten gesagt hätte, du, es gibt kein Fleisch, man hätte ihnen gesagt, ich habe keinen Bock auf dich. Du als Staatsführer, nee, ich will den anderen, der mir Fleisch erlaubt. Das war ein Politikum. Ja, du kannst den Leuten, wie heute, als die Grünen aufgeforderten, wir werden alle vegetarisch, weißt du, werden die abgewählt. Die Leute sind in einem sehr niederen Bewusstsein. Ja, und da können die besten heiligen Schriften auch wenig dagegen tun. Ich hoffe, bei euch ist das anders. Also wir sehen die Juden ganz klar gegen das Tierhütten von Tieren und für frische Rohkost. Wie kommt es zu den Tieropfern in der jüdischen Religion? Gemäß dem jüdischen Philosophen Moses Maimonides, war das Auftreten von Tieropfern nichts anderes als ein Ersatz für eine zuvor weit verbreitete Geflogenheit von Kinderopfern. Es war also damals viel, also damals waren die noch kranker, die haben erst mal ihre Kinder geopfert. Dann haben wir gesagt, okay, wir gehen schon mal einen Schritt besser, wir opfern nur die Tiere. Und heute wissen wir, wir opfern die Pflanzen und essen sie und opfern sie auf dem inneren Altar. Wir werden die ersten Sendung verstanden haben. Also es war schon mal ein Fortschritt. Deswegen ist es schon mal gut, Tieropfer zu haben, sagt er hier. Mit anderen Worten, sollten Tieropfer das noch größere Übel des modernen Mordens von Kindern ersetzen. Jeremia, dazu in 32, 35, sie errichteten die Kulthöhe des Baal im Tal Ben-Hinon, um ihre Söhne und Töchter für den Moloch ins Feuer gehen zu lassen. Das habe ich ihnen nie befohlen. Und niemals ist es mir in den Sinn gekommen, solche Gräuel zu verlangen und Judah in Sünde zu stürzen. Also auch da, wir haben im ersten Teil schon gesehen, diese Opfergeschichten sind einfach nur purer Satanismus. Und jetzt schön von Jesus, der sagt, suchet nicht das Gesetz in den Schriften, denn das Gesetz ist Leben. Während die Schrift tot ist, während die Schrift tot ist, er sagt über seine eigenen Sachen, sie sind tot. Wahrlich, ich sage euch, Moses erhielt die Gesetze nicht aufgeschrieben von Gott, sondern durch das lebendige Wort. In allem Lebendigen ist das Gesetz. Ihr findet es im Gras, im Baum, im Fluss, im Berg, in den Vögeln des Himmels, in den Fischen des Meeres. Doch sucht es hauptsächlich in euch selbst. Das heißt, wenn ihr die Frage habt, Heilige Schrift oder mir, wem glaube ich lieber, folgt eurem Herz. So, jetzt kommen wir zu den alten Indern. Die hatten mehrere Heilige Schriften. Ja, es gibt Überlieferungen von Buddha. Mahayana Sutra. Buddha sagt ganz klar, wer Fleisch isst, kann niemals so Erleuchtung erlangen. Natürlich nicht. Verstehst du? Wie soll ein Satanist, ein Mensch, der tötet und so, wie soll er erleuchtet? Verstehst du? Wer sich mit allen verbinden will, muss sich auch mit den Schattenseiten von sich verbinden. Und wenn er die ganze Zeit töten würde, dann wird sie die ganze Zeit im Klinch sein mit sich selbst. Er kommt nicht in diesen Erleuchtungszustand. Buddha sagt, nach einem Verscheiden werden überall verschieden, nach meinem Verscheiden, wenn er weg ist, ja, werden überall verschiedenartige Geistwesen auftreten, die die Menschen in die Irre führen werden, indem sie lehren, dass man Fleisch essen dürfe und dennoch zur Erleuchtung gelangen könnte. Buddha wusste schon damals, es wird ein Bewusstseinsabfall stattfinden, der in allen Religionen verankert ist. In allen Religionen wurde gelogen, die Männer haben es korrumpiert und haben so ausgelegt, dass man in allen Religionen heute Fleisch isst, einfach so, selbst an den Feiertagen oder davor, das Fasten so korrumpiert, dass man einfach Fisch isst, anstatt Fleisch. Lächerlich. Wie aber kann ein Mönch, der andere zur Befreiung zu verführen gedenkt, sich am Fleische lebendiger Geschöpfe laben? Das war Buddha schon komplett unlogisch. Außerdem sagt er, Fleischesser begehend zahllose Verstöße. Wohingegen Vegetarier zahllose Verdienste und Tugenden haben. Aha, als Vegetarier, jetzt wird man auch mal gelohnt, hat man Verdienste und Tugenden. In den Bhagavad Gita und den Upanishaden gibt es noch ganz andere Stellen, wo gesagt wird, der, der Rohkost ist, ist der, der Gewandtheit, Kraft, Lust und langes Leben erleben wird. Ja? Wer gekochte Darung ist, der wird Melanchoni, der wird Krankheit und der wird Leid erleben. Und wer vom Leib erschlagener Tiere ist, der kooperiert direkt mit der Dunkelheit. So wird es da beschrieben. Ja? Ich habe das jetzt mal paraphrasiert, wie man das nennt, frei zitiert. Und werde jetzt zu einem, ähm, ah, nee, hier sagt er noch was. Und zwar, wenn niemand Fleisch isst, dann tötet niemand Lebewesen zur Nahrung. Das Töten findet für die Käufer statt. Somit ist der Kaufen genauso wie Töten. Somit kann Fleisch essen den heiligen Weg versperren. Weil viele sagen ja, ja, ich habe doch nur hier mitgegessen, das Tier ist doch eh schon tot. Kennt ihr die Argumente dazu? Das Tier lag doch schon tot da. Ja, also das ist nicht der Fall. Auch tote Leichen im Körper sind immer schlecht. Palikanon überlieferte Reden des Buddha. Ja, was sagt er hier? Er selber tötet. Zum Töten regt er an. Regt er andere an. Und zum Töten gibt er seine Zustimmung. Er selber hat daher falsche Ansichten. Zu falschen Ansichten regt er andere an. Und zu falschen Ansichten gibt er seine Zustimmung. Also Töten ist immer eine falsche Ansicht. Jetzt kommen wir zu den Veden. Das sind die heiligsten Schriften der Inder. Veda umfasst, Veda heißt einfach nur Wissen. Ja, könnt ihr euch einfach werken. Veda, Wissen. Und das heißt, es ist gesammelte, wie mit der Bibel, gesammelte Wissen von ganz Indien. Das sind die Upanishaden, das sind die, die in Sanskrit verfasst sind. Das ist die Bhagavad Gita. Da sind verschiedenste Einzeltexte von Heiligen oder von irgendwelchen Göttern oder so zusammengefasst. Das nennt man Veden. Das ist das ganze gesammelte Wissen. Es gibt auch die russischen Veden. Das ist ein bisschen was anderes. Aber die überschneiden sich auch viel. Und in diesen Veden, ja, da stehen einige sehr, sehr spannende Sachen. Zehn Tage Vegetarismus erschaffen Güte in unserer Natur. Wegen vermindertem tierischem Fleisch und Blut ist unser Herz etwas sanfter. Ein Monat Vegetarismus sammelt Segen an und zieht den Schutz der Götter an. Aha. Ein Monat schon zieht den Schutz der Götter an. Stark. Wodurch man viele Katastrophen vermeiden kann. Wenn man ein Jahr lang Veda ist, erwirbt man viele Verdienste durch Verringerung der vielen schlechten Taten und zieht so auf natürliche Weise Segen an. Wenn man zehn Jahre lang Vegetarier ist, geht strahlendes Licht aus vom oberen Teil des Kopfes und die Götter, die Schutzengel, die das Licht immer begleiten, schützen einen vor allen Katastrophen. Versteht ihr, Leute? Wieso sind wir hier so katastrophelisch? Wieso haben wir keine Angst? Weil wir das spüren innerlich. Wir wissen, dass es unantastbar ist. Das ist eine innerliche Wahrheit, die man spürt, wenn man auf diesem Level ist. Daher entwickelt man Weisheit, Intelligenz. Und die Teufel wagt es nicht, einzudringen oder zu stören. Aha. Der Teufel wagt es nicht mal mehr zu stören. Versteht ihr? Er wagt es nicht mal einzudringen. Die eigene Erscheinung wird aufgrund dieses Segens erstrahlen. Wenn man sein Leben lang Vegetarier ist, werden drei Generationen Glück erleben. Das war aus den chinesischen Schriften, und zwar der religiösen Offenbarung des Kaodai. In den Bhagavad Gita und den Upanishaden gibt es noch ganz andere Stellen, wo gesagt wird, der der Rohkost ist, ist der, der Gewandtheit, Kraft, Lust und langes Leben erleben wird. Wer gekochter darum ist, der wird Melancholie, der wird Krankheit und der wird Leid erleben. Und wer vom Leib erschlagener Tiere ist, der kooperiert direkt mit der Dunkelheit. So wird es da beschrieben. Okay, jetzt kommen wir zum Heiligen Schriften des Mahayana-Sutra. Kaodaiismus ist vietnamesisch und chinesisch und heißt Hoher Altar. Ist eine offiziell im 7. September 1926 gegründete Religion im Süden Vietnams. Und da sind auch sehr viele tiefe Weisheiten versteckt. Ihr seht, wie tief wir hier vordringen in das mystische Wissen der Menschheit. Und zwar steht da folgendes. Und hier steht, das Wichtigste ist, mit dem Töten aufzuhören. Denn Tiere haben Seelen und Verständnis wie Menschen. Wenn wir aus Ignoranz heraus das Leben eines Tieres beenden, dann rufen wir schrecklichen Hass hervor. Und sie werden auf uns warten. Jetzt sind wir bei dem Thema Reinkarnation. Und sie werden auf uns warten, um uns ebenfalls unser Leben zu nehmen. Denn wenn wir sie töten und essen, dann haben wir eine Blutschuld bei ihnen. Je mehr wir von ihnen schulden, desto mehr müssen wir ihnen zurückzahlen. Und wenn dieses Verlangen nach Vergeltung fortbesteht, wie können wir dann frei zu unserer himmlischen Heimat zurückkehren? Habt ihr das verstanden mit dem zu Gott vereinen? Wenn wir diese Sachen begehen, werden wir sie uns zeigen. Wir werden sie erleben und dann vielleicht auflösen. Aber ohne sie uns zu zeigen, werden wir nicht zu Gott zurückkehren. Das waren die Heiligen Schriften. Ich habe die wichtigsten Teile rausgenommen. Ihr seht, in allen Weltreligionen, in allen Weltreligionen ist dieses Wissen verankert. Und eines haben wir gelernt. Das Schlimmste, was man machen kann, ist Tiere töten und aufzuessen. Wenn die Zuschauer jetzt bei dem Vortrag das zumindest schon mal mitnehmen und die ganzen anderen Sachen vielleicht im Unterbewusstsein haben und nochmal auf diese Schriften zurückkommen, würde ich mich sehr freuen. Das Buch dazu nennt sich Gottkost und es erscheint in wenigen Monaten oder Jahren, je nachdem, wie ich hier eingespannt bin. Ich arbeite schon sehr lange daran und ich habe da eine komplette Ernährungslehre nach allen Heiligen Schriften aufgebaut, die uns vieles erlaubt, in Genuss zu leben. Das heißt, man mag zu meinen, es sei mit Verzicht verbunden, aber eigentlich ist ein Öffnen einer Fülle. Man öffnet sich der Fülle. Es gibt 70.000 verschiedene Pflanzen, die man essen kann und auf Tiere zu verzichten war für mich nie ein Problem. Ich verstehe die Leute nicht, die sagen, oh ey, ich vermisse mein Fleisch, ich vermisse mein Fleisch. Wisst ihr, wer das vermisst, sind die Parasiten und der Teufel, die da noch in einem wohnen. Das kann man aber austreiben und das rate ich jedem. Das heißt, wer diese Video jetzt gesehen hat, entgifte dich. Trinkt Zeolüt, nimm Chlorella, fang an morgens nicht zu essen, esst einen Salat, isst abends vegan glutenfrei. Ganz einfach. Du kannst auch ein Butterbrot essen, mal ein bisschen Rohmilch trinken, nehmt es nicht so ernst. Ihr müsst jetzt nicht alle, wer das jetzt alles 100% umsetzt, super. Aber wer jetzt ein, zwei Schritte da schon nimmt und sagt, ey, David, der war gut, der Tipp, die anderen Sachen sind mir ein bisschen zu hart, die anderen Sachen, keine Ahnung, die Religion hat mir nicht gepasst, das, was der sagt, ist nicht gut. Leute, alle sind sich bei dieser Sache mit dem Fleisch einig. Alle, auch Mohammed. Ich habe ja viele muslimische Brüder und Schwestern, mit denen ich manchmal diskutieren muss. Leute, fragt als letztes immer, wen? Euer Herz. Und das steht hier geschrieben. Persönlich, Jesus hat es persönlich gesagt. Er sagt, Leute, glaubt nicht an die toten Schriften. Glaubt an euer lebendiges Herz. Und da ich sehr viele herzliche Menschen hier habe, bin ich wirklich sehr, sehr glücklich, dass wir viele dieser Wahrheiten schon leben. Und jetzt auch wieder einige Punkte haben, an denen auch wir noch arbeiten können. Thema zu viel mischen. Thema dampfende Sümpfe. Haben wir auch oft hier bei uns im Büro. Oh, ich arbeite selbst noch an diesen Themen, Leute. Ich bin hier noch kein Heiliger. Ich sage es euch schon rechtzeitig. Wenn ich so weit bin, werde ich sagen. Und das ist ganz wichtig. Auch Jesus sagt es immer. Die Wahrheit muss immer gesagt werden. Wenn also einer wirklich der erleuchtete Meister ist, dann muss er das auch sagen. Dann muss er auch sagen, Leute, ich bin erleuchteter Meister. Was ist jetzt? Ich esse keine Tiere. Ich lebe die höchsten Gesetze. Sag mir eine Sache, die ich nicht mache. Und ich finde es immer gut, wenn Leute sich so hinstellen. Weil die müssen wahrhaftig sein. Sonst wären sie wieger im Ego. Und dann wären sie nicht göttlich. Das heißt, wenn jemand wirklich göttlich ist, dann muss er es sagen. Sonst ist er nicht göttlich. Weil sonst wird er sich selbst verleugnen und wird nicht die Wahrheit sprechen. Und das wäre wieder dämonisch. Das heißt, wenn ich so bin, werde ich das eines Tages sagen. Viele von euch sind schon auf diesem Weg oder sind teilweise so weiter als ich. Ich habe auch viele in Beratung, die das noch sauberer und penibler als ich machen. Ich kenne diese Schriften schon seit Jahren und habe bis jetzt nicht geschafft, alles umzusetzen, weil ich mir selbst so eine Gnade entgegenbrinne und so sanftmütig und so liebevoll bin, weil wir wurden unser Leben nur mal trittiert. Wir haben richtig immer bekommen. Deswegen seid sehr sanftmütig mit euch selbst. Seid nicht zu hart zu euch selbst. Vergib dir erst mal, mein Schatz. Komm her, ich küsse dich erst mal. Ich küsse dein Herz. Das würden alle die Religionsbegründe sagen. Kann ich euch jetzt zitieren. Und das heißt, seid mit euch selbst geduldig, aber bleibt dran. Seid entschlossen und voller Zuversicht und Vertrauen. Hingabe heißt Islam. Und ich bin fundamentalistischer Islamist. Was denkt man da? Werfe ich Bomben oder werfe ich Salatblätter? Das ist die Frage. Habt ihr noch Fragen zu dem Thema? Ganz, ganz wichtig. Viele von euch sind weit angereist. Gibt es irgendwelche Fragen zu irgendwelchen Schriften? Sehr, sehr gut. Das ist ganz grenzwertig. Hier wird gesagt, du sollst nichts verfaultes Essen. Aber das Fermentation ist ja genau das Gegenteil. Du veredelst. Wenn es verfault ist, dann hast du schlecht vermittiert und dann hat er recht, sollst du nicht essen. Wenn es aber veredelt ist und noch besser duftet und noch besser schmeckt, dann solltest du es essen. Schöner Punkt. Sehr gute Fragen. Sehr, sehr gute Frage. Es gab einige Fragen. Warum haben wir das nicht erwähnt? Weil zu dieser Zeit, also Jesus sagt ja, nichts verfaultes Essen und nichts vom Frost getötet ist. Er geht nicht spezifisch auf die Fermentation ein. Er sagt jetzt auch nicht genau, wir sollen Microgreens ziehen. Aber er hat ähnliche, er spricht es in Teilen. Also wenn ihr dieses Buch lest, werdet ihr genau das verstehen, was ich jetzt sage. Nämlich, dass Jesus sagt, die Nahrung soll aufgewertet werden und energiereich sein und voller Leben. Und wenn ich als Biochemiker und heute Fermentationsexperte sage, Fermentation bringt Leben, dann ist es das Feuer des Lebens, das er meint. Und da kann ich sagen, ich weiß es in dem Fall so gut, dass ich dir sagen kann, ja, Fermentation ist wichtig. Und besonders heute. Das sagt er ja auch im Koran. Denkt nicht an die Bräuche und das, was eure Vorväter gesagt haben. Guckt, was ist heute in der Zeit aktuell und wichtig. Sehr schön. Noch eine Frage, ja. Erzähl. Ja, sehr schön. Sehr schön. Also auf jeden Fall nicht mit solchen Wörtern, weil da sind die abgeschreckt. Wenn du Leuten sagst, ey, das was du isst, ist vom Satan, ist vom Teufel, da ist man in der heutigen Welt nicht so gut bedient. Das heißt, sehr wichtig, dass die das auch nicht stehen oder auch in diesen Wissen. Sehr schöner Punkt. Sehr schöner Punkt für die Zuschauer, die es nicht gehört haben. Er sagt, wie kann ich das heute Leuten vermitteln, dieses Wissen, ohne zu dogmatisch zu missionieren zu wirken. Und da sage ich, bring biochemische, wissenschaftliche Erkenntnisse mit ein und sag, guck mal, in der Bibel steht es auch. Und guck mal, im Koran steht es auch. Also heute kriegt man die Leute eher über Wissenschaft, über rational, materialistisches Denken, anstatt über spirituelle, oder wohl. Manche kriegst du auch über, also ich zum Beispiel, wurde über die Spiritualität mehr gecatcht, als über die Biochemie. Mich hat das richtig berührt. Also diese Texte, ich kriege immer noch Gänsehaut. Für mich sind das Heilige Schrift, wenn ich schon in die Nähe gehe, kriege ich, wie bei Aseinanderbüchern, eine Wallung innerlich und denke mir, krass, das ist ein starkes Material. Also besser auch die Formulierung. Das ist von Gott persönlich. Besser kann man es gar nicht sagen. Sehr schön. Noch eine andere Frage? Jackie? Trau dich ruhig. Nicht? Achso, okay. Karim, noch eine Frage? Du hattest einmal eine sehr schöne Frage gestellt, und zwar war ich im Zweifel. Da stand, es nur, wie die Sonne untergeht. Und Karim hat das Kleber gesagt, nein, David. Untergegangen ist, habe ich gesagt. Weißt du, wir hatten mal was in der Diskussion. Ich habe gesagt, nee, Karim, wer untergegangen ist. Und er hat mich eines besten belehrt, hat gesagt, nein, David, hört ganz genau hin, was er sagt. Während die Sonne untergeht. Nicht, wenn sie untergegangen ist. Also das kann ich auch 23 Uhr nachts essen. Und das sind die Feinheiten, die wir in dieser Szene-Gemeinschaft immer diskutieren. Und deswegen kann ich euch nur empfehlen, schließt euch eine Glaubensgemeinschaft an. Hört sich jetzt komisch an, wie als wäre es eine Sekte, aber wir sind einfach ganz liebe, nette Menschen, die miteinander über Themen reden, die für manche einfach noch fern von gut und böse sind. Und das kann ich euch nur empfehlen. Geht zu solchen Gruppen wie uns. Ihr seht, wir beißen nicht. Auch wenn Fleischfester da sind, dürfen die erstmal in der Kälte stehen. Und dann lassen wir so greifen. Und wir versuchen das wirklich viel umzusetzen, Leute. Und wir folgen jedem. Wir folgen Mohammed, wir folgen Buddha, wir folgen Moses, wir folgen Jesus. Also ich folge auch der Anna, ich folge auch Karim. Also ich sehe in jedem auch eine göttliche Offenbarung. Jeder, der zu mir spricht, dass ich auch was göttliches, und der kann das optimieren, was hier in den Texten steht, und kann es mir noch besser erklären. Und ich sage, danke. Weil keiner hat die Weisheit mit Löffeln gegessen, außer der jeden Tag Kokos ist. Der hat die Weisheit mit Löffeln gegessen. Ihr seht, diese Sprüche haben auch ihre Berechtigung. Man kann die Weisheit mit Löffeln essen. Und diese Schriften beweisen das. Und die Quintessenz von all dem, was ich erzählt habe, findet ihr hier auf dem Teller. Wenn euer nächstes Mal so aussieht, seid ihr schon nah bei Gott. Wieso sind wir nah bei Gott? Die Biochemie sagt, wenn wir so was essen, haben wir ganz viele Glückshormone. Was ist denn göttlich? Göttlich ist ein innerliches Gefühl von Freude, Glückseligkeit. Man spricht bei den Eingeweihten, und von den heiligsten Menschen sagen die immer eins. Ein Zustand? Equanimity. Was heißt Equanimity? Wie ist der Zustand? Heitere Gelassenheit. Heitere Gelassenheit. Fühlt da mal rein. Wie fühlt sich das an? Du bist stets heiter und gelassen. Also nicht so, ah ja, sondern so, hey, alles gut, ja. Ja? Das ist der Zustand, in dem die Erleuchtenden sind. Und jetzt fragt ihr euch, wie oft am Tag seid ihr in diesem Zustand? Die Weiße Bruderschaft hier? Sehr oft, Leute. Wenn ich euch schon sehe, dann geht mir das Herz auf, weil ihr meistens in einem sehr positiven, optimistischen Zustand seid und selbst mich da wieder rausreiße, wenn ich mal negativen Gedanken habe und der Teufel sich bei mir noch einschleicht, weil ich zu viele Sachen gemischt habe, in meiner Mahlzeit. Ja. Genau. Richtig. Richtig. Wir werden niemals diese fällige Filme haben. Er sagt es schön, was hier geschrieben wird. Genau. Er sagt, seid nicht wie der dumme Bauer, der alles in sich hineinschlingt und alles in sich vermischt. Steht hier. Seid nicht wie der dumme Bauer. Ich mag diese Sprache, Leute. Für viele ist es ein bisschen zu aggressiv, aber ich mag das sozusagen. Das ist dämonisch, weil das einfach ganz klar ist. Es ist nicht dieses, ich muss vorsichtig sein. Leute, das sind einfach ganz klare Schriften und für heute sind leider viele zu verweichlicht, einfach mal zu sagen, der sagt es knallhart, aber das heißt nicht, dass ich das jetzt 100 Pro machen muss. Sag doch das dämonisch. Sag, ja, du hast recht. Diese Eigenschaft an mir ist noch dämonisch. Ich arbeite dran, aber ich verurteile mich nicht und das ist das Entscheidende. Ich liebe mich trotzdem. Ich sage, ey, stimmt, das, was ich mache, ist teufelig. Du hast recht. Danke, dir Bruder. Ich liebe mich trotzdem. Ich arbeite daran. Das heißt nicht, viele denken nämlich, ey, das ist dämonisch. Ey, du bist der Teufel. Ey, du bist ganz schlimm. Und die haben schon so auf die Fresse bekommen, ihr lebt das Ding nehmlich nicht an. Deswegen, wenn ihr rausgeht an die Massen und das predigen wollt, fangt an, die Liebe einzuhüllen. Fangt erstmal ganz behutsam daran zu gehen, weil das ist ein sehr heikles Thema. Viele würden sagen, ich bin Verschwörer, Sektenanführer, schlimme Dinge. Aber dabei sind wir einfach nur Friedenstifter. Wir sind sehr, sehr liebevolle, göttliche Wesen und ich sehe in jedem eine göttliche Offenbarung. Und das habe ich auch aus diesen Schriften gelernt. Und das ist die Quantenphysik. Und deswegen bin ich mir sicher, jeder von euch oder jeder Mensch kann von diesen Schriften profitieren und kann sich das auf sich wirken lassen und dadurch Erkenntnisse erzielen, die man sonst nicht erzielen könnte. Weil man merkt, da ist viel Wahrheit dran an diesen Schriften. Noch eine Frage, Timo? Okay. Ja, aber ich fand es krass, als du es eben nochmal gesagt hast, mit den Leuten, die die Fleisch oder Alkohol trinken, die sie draußen trinken, das machen sie ja bei uns jetzt wirklich. Stimmt. Stimmt. Also bei Leuten, falls ihr es nicht gehört habt, was sie gesagt hat, sie sagt, ja, bei uns bleiben die Leute freiwillig draußen stehen, wenn sie Fleisch gegessen oder Alkohol trinken, weil die spüren die Energie hier, die halten es nicht hier aus. Ja, die sind getrennt von uns. Genau. Richtig. Aber Jesus sagt auch, sie sagen auch hier, lasst diese Leute nicht bei euch rein, meidet diese Leute. Es stimmt. Und Jesus sagt auch, kehrt aus aus ihrer Mitte und wendet euch ab von ihnen. Dass wir genau solche Gemeinschaften wie jetzt gründen, ist ganz, ganz wichtig, sagt Jesus, sagt Mohammed, sagt Buddha, sagen alle. Die sagen, seid unter euresgleichen, unter den Gläubigen. Nicht zu eurer Familie zu Hause, die noch fleischern, sagen Mama, Papa, ich muss die umgekehrt, ihr seid doch meine Familie. Nein, Leute, es ist vorbei. Bei einem Ding ist auch der Zug abgefahren. Man soll nie hoffnungslos jemanden aufgeben, steht auch in diesen Schriften, niemals hoffnungslos jemanden aufgeben, aber man sollte schon sagen, unterscheide. Diese Menschen geht gerade den Weg, ich gehe diesen anderen Weg und ich muss auch nicht so viel Zeit mit denen verbringen. Ich muss die auch nicht ständig anrufen, ich muss auch nicht gucken, schafft der Mensch das jetzt. Ich gehe zu meiner Gemeinschaft, sage, hey Leute, hier ist die Gemeinschaft, wenn die reinkommt, kommt rein, ansonsten viel Spaß, Bonne Chance. Ja, und in diesem Sinne sind wir bei Gott. Noch eine Frage, ja. Was sagen die Heiligen Schriften für einen eigenen Beruf? Sehr schön. Was ist der Herr auch und kann nicht überhaupt, dass man das erst auf alle Kennt, wenn man rein nimmt? Sehr, sehr gute Frage. Exakt das sagen die Heiligen Schriften. Du hast es schon instinktiv, genau intuitiv beschrieben. Die sagen, wenn man seine Berufung finden will und er beschreibt es dann so als Nähe zu Gott finden will, die Wahrheit finden will, das ist genau das, was du sagst, sollte man einen reinen Geist haben und hier, hey Leute, wenn ihr das mal lest, er sagt, macht Einläufe. Weißt du wie? Vom Kürbis, kennst du dieses Ding vom Kürbis, diesen Strunk? Sagt er, nimm den, schneid den ab, steck in die Anahl rein, führ da Wasser rein, damit der Teufel rauskommt, wenn du zu viel Milch, er sagt, wenn du zu viel Milch getrunken hast und Fleisch gegessen hast, mach Einläufe. Ey Leute, was ist das bitte? Verstehst du? Wie schlau ist dieser, verstehst du? Wie kann das sein? Also genau so ist es. Wir sollen uns reinigen, dann kommen wir auf klare Gedanken, dann finden wir unsere Berufen, dann strahlen wir, dann leuchten wir. Ihr habt es gehört, wie wir leuchten. Schon als Vegetarier leuchten wir. Wisst ihr, wie wir als Rohkost erleuchten? Wir strahlen. Und deswegen kommen viele auch mit unserer Gelegenheit nicht mehr klar und wir sind für viele ein Spiegel, der so bekämpft wird, weil so viel Dunkelheit draußen ist, dass viele mit diesem Strahl überhaupt gar nicht mehr klarkommen. Für die ist es schon abgehoben. Deswegen werden wir uns immer mehr von dieser Gesellschaft erstmal zurückziehen, auf uns besinnen, weil wir werden hier sehr stark angegriffen und wir wollen uns erstmal auf uns konzentrieren und selber wachsen und werden uns einen schönen Bauernhof oder ein schönes Örtchen suchen, wo wir nicht mehr so Krangriffe ausgesetzt werden und da werden noch mehr Engel kommen, wie Jackie, wie Anna, die angeflogen kommen, reine göttliche Seelen, damit die Gemeinschaft noch mehr wachsen kann. Noch eine Frage? Dann nochmal einen ganz großen Applaus für die Aufmerksamkeit. Das war ein sehr langer, guter Vortrag. Vielen Dank für die Zuschauer an YouTube. Schaut euch den ersten Teil dieses Videos an. Ganz, ganz spannend, was Jesus sagt. Der zweite Teil, Leute, alles dokumentiert. Viel Spaß und bis zur nächsten Sendung. Mr. Royce Düsten. Ciao. Danke fürs Zuschauen. Macht einen Bio-Vital-Scan und wir stellen euch einen individuellen Ernährungsplan zusammen, der genau an eure persönlichen Bedürfnisse angepasst ist und auch nur die speziellen Superfoods enthält, die ihr auch wirklich braucht. Wir haben euer Interesse geweckt. Lest am besten eins meiner Bücher für noch mehr Hintergrundinformationen. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Euer David.